Was bekommst du alles, wenn du dein Fahrrad in einem Fahrradladen kaufst? Hi, mein Name ist Markus vom Fahrgeschäft Fitbikes und ja, ich habe einen Fahrradladen. Und der Titel von dem Video ist ja, was bekommst du alles, wenn du dein Fahrrad in einem Fahrradladen kaufst? Ja, ein Fahrrad, richtig. Aber ist das alles? Also mal kurz überlegen, was eigentlich die wahre Serviceleistung eines Fahrradgeschäftes ist. Wir haben sehr häufig den Fall, dass wir auf das Fahrrad grundreduziert werden. Aber lass uns mal anschauen, was alles passiert, damit du am Ende mit deinem Fahrrad fahren kannst, was du bei uns gekauft hast. Also Schritt Nummer 1, wir treffen für dich eine Vorauswahl. Ja, das heißt, dass wir jedes Jahr auf die Messen gehen, sowohl auf die Eurobike als auch auf die Hausmessen auch vor Ort. Und wir überlegen uns, wie wir aus dieser Mega-Auswahl, die der Markt bietet, für unsere Kunden das passende Fahrrad aussehen. Wir haben, keine Ahnung, 1000 Marken, 50.000 Fahrrad zur Auswahl. Und wir hier bei our Fitbikes haben uns auf Simplon und Stevens festgelegt. Warum? Weil es gute Marken sind, weil sie gute Räder bauen und weil die Reklamationsrate unter einem Prozent ist und das Feedback gigantisch gut. Also haben wir eine Vorauswahl für dich getroffen. Das reicht aber noch nicht. Wir müssen im Vorjahr, also 2017 für 2018, bestellen, was wir denken, was wir im Jahr 2018 verkaufen wollen. Das heißt, wir müssen definieren, welches Rad mit welcher Rahmengröße zu welchem Zeitpunkt bei uns im Laden ist. Also sein sollte. Manchmal können wir ein Teil noch nachbestellen, aber dieser Teil ist nicht garantiert. Es kommt darauf an, wie die Lager gefüllt sind, wie etwas abläuft. Aber wir müssen schon mal vordefinieren, welche Räder zu welchem Zeitpunkt zu uns im Laden kommen. Das ist echt eine Menge Arbeit. So, dann kommt Winter und dann kommen die ersten Fahrräder, die bereiten wir alle vor. Und ein Fahrrad kommt nicht so an, wie es jetzt hier steht, sondern es kommt im Karton. Teilweise auseinandergebaut. Das heißt, wir müssen dieses Fahrrad komplett zusammenbauen. Und dann steht es hier im Laden. So, jetzt kommst du in den Laden rein. Hast du es irgendwie online gefunden oder der Nachbar hat gesagt, das ist ein guter Laden, wo du hingehen kannst oder wie auch immer. Und bist hier im Laden. Normalerweise sind die Leute bei uns im Laden die Kunden, die Hilfe brauchen beim Fahrradkauf. Das heißt, die eine gewisse Vorstellung haben, was wir mit dem Fahrrad machen wollen. Aber jetzt jemanden brauchen, der ihnen hilft, durch dieses Fahrradsortiment sich durchzukämpfen. Dafür sind wir der perfekte Ansprechpartner. Das heißt, wir suchen jetzt gemeinsam dein passendes Fahrrad raus. Das kann recht schnell gehen, wenn die Vorstellungen klar sind. Das kann aber auch mal so drei, vier Stunden über mehrere Termine dauern. Vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen recherchieren, wenn du diese besonderen Vorstellungen hast. Aber auf jeden Fall haben wir gemeinsam ein bisschen Zeit verbracht. Dann machen wir sogar den Fall, dass wir dich komplett dreidimensional ausmessen und die komplette Ergonomie erfassen, um dieses Fahrrad dann auch für dich perfekt einzustellen. Das machen wir alles. Dann gibt es eben den Punkt, wo du sagst, okay, das hätte ich gerne. Und jetzt fängt es an zu diskutieren, weil der Kunde ist ja gewohnt, dass er jetzt noch irgendwie einen Preisnachlass bekommt. Wer nicht handelt, ist doof und so und so fort. Geil ist geil. Das heißt, jetzt wird über den Preis diskutiert, weil dieses Fahrrad machen ja andere Händler auch mit 5, 10, 15 Prozent. Und im Internet ist es eh viel günstiger. Also jetzt wird verhandelt. Manchmal mehr, mal weniger. Meistens einigt man sich irgendwie. Und dann hast du die Entscheidung getroffen, ein Fahrrad zu kaufen. Wenn du das entschieden hast, dann wird das Fahrrad für dich fertig gemacht. Das heißt, sehr häufig kommt dann Zubehör ran, an den Reifen, Schloss, ähnliches. Das wird meistens alles kostenlos montiert. Das heißt, wir haben jetzt schon Zeit verbracht, das Fahrrad überhaupt auszuwählen. Jetzt muss noch zusammengebaut werden. Jetzt muss Zubehör dran gebaut werden. Und dann ist das Fahrrad abholbereit. Und jetzt ist es in einem guten Fachhandel so, dass dir dieses Fahrrad auch noch übergeben wird. Das heißt, wir haben noch hingestellt, sondern ein Mitarbeiter erklärt dir, wie das Fahrrad zu benutzen ist. Also von der Pflege, von der Wartung, Schaltung, Kette. Also komplett deine Fragen beantwortet werden. Das heißt, dass du wirklich mit einem guten Gefühl rausgehen kannst. Du weißt, okay, das und das muss ich alles beachten. Wenn wir das alles haben, wird normalerweise bezahlt. Und dann fährst du Fahrrad. Aber es ist noch nicht Ende. Sondern jetzt sind wir auch dein Ansprechpartner, damit irgendwas noch nicht passt. Das heißt, wir haben einen sehr häufigen Fall, dass irgendwas noch Fragen da sind. Thema E-Bike haben wir unheimlich viele Fragen, die dann per Telefon. Sollte alles kostenlos beantwortet werden. Und die meisten Fahrgeschäfte bieten auch noch eine kostenlose Erstinspektion an. Das heißt, der Kunde bringt das Fahrrad nochmal und das Fahrrad nur noch komplett durchgecheckt. Und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist. Wenn dann alles passt, dann sind wir normalerweise mit dem Fahrradverkauf fertig. Aber es kann auch sein, dass du jetzt nach einem halben Jahr noch eine Reklamation hast. Ich meine, es sind technische Geräte und es kann auch mal sein, dass irgendwas kaputt geht. Auch dann sind wir dein Ansprechpartner, wenn irgendwas an diesem Fahrrad nicht funktionieren sollte. Und ehrlich, nicht immer wird das vom Fahrradhersteller bezahlt. Da könnte ich jetzt mal stundenlang drüber sprechen. Aber die Reklamationen im Fahrradbereich gibt, die sind unter aller Kanonen. Das heißt, das macht sehr häufig deinen Fahrradhändler für dich. Wenn dir irgendwas hier nicht passt oder irgendein Teil kaputt geht, dann sind wir dein Ansprechpartner und sehr häufig wird es auf unserem Rücken ausgetragen. Ja, das sind eigentlich die Schritte vom Anfang bis Ende, was ein Fahrradhändler alles für dich abdeckt. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber der Fahrradhändler, der hat ja, wenn ich ein Fahrrad für 1.000 Euro kaufe, dann hat der ja 1.000 Euro Gewinn. Wäre schön. Von 1.000 Euro gehen 20% Mehrwertsteuer runter und dann haben wir noch ungefähr eine Marge zwischen 20 und 35%. Das ist die normale Marge im Fahrradbereich und die hat nicht viele Luftsprünge nach oben. Was ich damit einfach nur sagen möchte ist, ich will nicht rumheulen. Das ist ein geiler Job, der macht richtig Spaß. Wir haben richtig was zu bewegen. Wir haben richtig gute Leute. Wir haben richtig gute Produkte. Aber wenn du dir das nächste Mal ein Fahrrad kaufst, sei dir bewusst, dass du nicht nur das Fahrrad bekommst, sondern dass vor dem Fahrradkauf schon eine Menge passiert ist, dass du dieses Fahrrad kaufen kannst und nach dem Fahrradkauf auch noch eine Menge passiert, dass du dieses Fahrrad kaufst. Du bekommst also nicht nur ein Fahrrad, das ist das Produkt, ja richtig, aber du bekommst die Vorauswahl des Händlers, du bekommst die Beratung des Händlers, du bekommst die Übergabe des Händlers, du bekommst einen Servicepartner, der auch im Nachhinein für dich da ist, du bekommst auch jemand, der für dich auch Reklamationen bearbeitet. All das bekommst du zum Fahrrad mit dazu. Und das ist der riesen, riesen Unterschied zu einem Online-Shop. Ja, ein paar Teile machen die auch davon, aber es sind viel, viel weniger Parts. Und der lokale Handel vor Ort für dich, der ist derjenige, der dir auf jeden Fall den größten Servicebereich mit abdeckt. Und das muss am Ende des Tages irgendjemand auch mit bezahlen. Das heißt, wenn du ein Fahrrad kaufst, dann kaufst du nicht nur das Fahrrad, sondern du kaufst auch die Serviceleistung des Fahrradgeschäfts mit dazu. Und das ist viel, viel mehr wert als 5 oder 10% Rabatt, weil der Händler muss auch leben, der Händler muss auch zukünftig mitdenken, der muss auch in die Zukunft vorausschauend arbeiten. Natürlich kann er sich jetzt drücken lassen im Preis in irgendeiner Form, aber ich sage dir, in 5 bis 10 Jahren werden viele Händler, die heute über den Preis verkaufen, nicht mehr da sein. Überleg dir also, was du wirklich willst, wenn du in ein Fahrradgeschäft reingehst. Willst du ein Produkt kaufen zu einem möglichst günstigen Preis, dann geh online. Da bekommst du ein Produkt günstig. Du bekommst keine Serviceleistung, aber du bekommst ein Produkt günstiger. Willst du ein Produkt mit Serviceleistung, dann kaufst du einen normalen Preis. Denn du bekommst nicht nur das Produkt, sondern du bekommst vorher und nachher viel, viel Service, viel, viel Beratung obendrauf und du sicherst auch eine langfristige Zusammenarbeit mit deinem Fahrradhändler. Ja, das war jetzt für meine Verhältnisse fast ein langes Video. Aber ich will dir einfach nur sagen, was für Riesenbenefits du hast, wenn du lokal kaufst. Und ich will dir auch zeigen, was ein Händler alles auf sich nimmt, sozusagen, vor und nach dem Kauf, damit du mit deinem Fahrrad richtig, richtig viel Spaß hast. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du in die Kommentare schreibst, weil das Thema ist kontrovers. Jetzt könnte man sagen, hey, der Markus heult wieder nur rum, der arme Fahrradhändler. In Wahrheit fahren ja auch eh alle Porsche und Ferrari und machen sich einen schönen Tag, weil ein Fahrradhändler ist ja stinkreich. Oder man könnte sagen, okay, er hat recht. Fahrradhändler aus der Realität machen das mit sehr, 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 sehr viel Überzeugung, als Gutes zu tun. Ich kenne viele Fahrradhändler, die 100 Stunden und mehr seit vielen, 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 vielen Jahren arbeiten und du willst den Stundenlohn gar nicht wissen. Also, kontroverses Thema, schreib es unten in die Kommentare rein, was ist deine Meinung dazu? Bist du der Meinung, dass ein Fahrradhändler komplett überbezahlt ist, nicht so rumholen soll oder einfach mal besser mit seinen Lieferanten verhandeln soll? Kleines, kleiner Insider am Rande. Oder bist du der Meinung, dass ein Fahrradhändler einen richtig guten Job macht? Schreib auch gerne rein, wenn du einen Fahrradhändler hast, wo du sagst, der macht einen Mega-Job. Schreib auch gerne rein, wenn du lieber online kaufst und warum du lieber online kaufst. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, dann findest du irgendwo einen Gefällt-mir-Button und natürlich einen Abonnier-Button. Und ja, lass uns einfach darüber diskutieren. Ich freue mich drauf. Bis dann.